Eine japanische und eine russische Ausgabe. Ah, so. Das war damals Peretschi. Genau. Das war das... Wir müssen mal genau schauen, ob die Bücher von vorne oder von hinten zufällig sind. Das japanische Buch muss von der anderen Seite gelesen werden. Aber man sieht eine tiefe Verbundenheit. Alle Bücher sind mit ihrer Handschrift versehen. Nachdem der Enteusnis so war, wollten alle das auch haben. Genau, wir haben das dann so gemacht. Und das ist doch eine sehr verbundene... Das ist relativ schön, schön, schön. Und das sieht dann so aus. Sie waren ja 1967 bei uns im Hause. Ja, wenn ich ein Examen machen müsste, würde ich also nicht überall bestehen. Ich finde, diese fremde Welt einzigartig ist schon ein bisschen anders. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.